Ey Selim, guck mal, ich bin verheiratet. Wann heiratest du, Mensch? Ich weiß nicht. Da hinten sind Mädels. Da hinten sind Mädels. Geh da hin und klär dir einfach. Ich klär sowieso. Ich klär sogar alle fünf. Wie im Leben, Jungs. Ich klär auf alles. Ich schaff dir eh nicht alle. Mach was, Bruder da. Hi Girls. Hi. Hi. Ihr seid so sweetie. Mein Freund hat mich verlassen. Der hat mich noch einmal geballert. Dann ist er gegangen. Oh nein. Was macht ihr noch heute Abend, Girls? Ich hab noch Party. Darf ich mitkommen? Ja. Ey Selim, hast du Bock zu chillen? Ja, können wir machen. Wo bist du? Ey, wer ist das? Das ist meine Freundin. Oh mein Gott. Ey Selim, weißt du noch gestern? Selim, hörst du mir überhaupt zu? Selim, hallo. Ey Selim, bist du top? All my heart when it comes to you. Ey Selim, wenn du mir nicht antwortest, geh ich weg, Junge. Scheiße, ich muss meinen Vater rufen. Peter! Ja, was ist denn los? Du weißt ja, ich hab ne Freundin. Ja, was ist denn mit der Olle? Ja, und die ist jetzt schwanger. Sorry. Ich flippe aus. Alter! Was war nicht so aus? Wenn ich 18 bin, bin ich weg aus dem Fenster. Machio! Scheiße, wie soll ich von meiner Ose sagen? Anne! Oder was ist los? Ja, guck mal, ich hab so seit 10 Jahren, halben Jahr, eine Freundin. Was? Du hast Freundin? Achso. Und die ist schwanger. Was? Die ist schwanger? Hey Bruder, ich war gestern mit so einem Mädchen. Das war so abnormal. Zeig mal ein Bild von der. Ey chill, meine Schwester ist da. Hä, warum seid ihr so ruhig? Egal, jetzt zeig mal das Bild. Junge, Mann, das ist meine Schwester. Bruder, tut mir leid, aber was aber? Gestern Abend war deine Schwester hier Ich gebe zu, war nicht korrekt von mir Kleiner Bastard! Muss sein, dass du deinen Respekt verlierst Seit wann redest du so frech mit mir? Ey, ich hab Sturm frei! Ja, okay. Lass Dennis, Mann, lass Dennis! Was geht Dennis? Wohin geht dir? Wie gehst du mir nach Hause? Ja, okay, viel Spaß! Komm doch auch, Selim hat Sturm frei! Wie willst du mich forschen? Wir machen doch eh nix! Wir machen doch eh nix! Wir machen doch eh nix! Hey, das ist ja noch jung! Ist Mr. Still Your Girl? Ist Mr. Mal gucken, was der Lars macht! Lars? Du liest schon wieder! Lars! Ich hab dir gesagt! Du darfst am Tag höchstens 3 Stunden lesen! Du liest bestimmt schon 6 Stunden heute! Pack mich denn ab! Mal geh raus, sonst knall ich dich gegen die Wand! Ich krieg die Krise! An die Presse! Machen wir mal was vom Ruller schreien! Schaffung mal! Wann wirst du mal endlich ein Kanake? Und jetzt die Ausländer! Mal gucken, was macht dein Sohn! Wann? Wann? Ich geb gleich um! Wann? Mein Sohn wird Ars! Oder Pilot! Ande guck mal meinhoff! Ich mein's! Ich geh die ganzen Tag! Wir haben am Wochenende! Ich geh dich auf Meier für was! Ich bin immer stolz auf deinen Sohn! Ich bin stabil! Wallah, so schön! Olum, ich setz mich neben dich! Ich will auch hören, wie du lese! Häh? Ande, geh mal weg! Bitt komm nicht Ande! Ich schwöre! Ich hab gerade nichts zu tun! Wallah, mach ich mit dir hören! Ich will gucken! Ande, geh nicht mal! Ande, komm setz ich mich bei dir! Nein, warum machst du verstecken? Zeig, was lesen du? Allah! Ich mach wirklich Schluss. Ich hab gar keinen Bock mehr auf dich. Wie, du kannst du nicht einfach Schluss machen? Und ey, deinen Pulli kannst du auch haben. Hey, Schatz, du kannst doch nicht einfach gehen. Diesen kleinen Arsch, da werde ich Heimzahlen. Ich hasse ihn. Ah, das ist ja eine heiße Schnitte. Du bist ja ganz schön muskulös. Du bist bestimmt ein harter Kerl, ne? Ey, was fällst du mich an, Mann? Bleib mal ganz locker, Boy. Wie, bleib mal locker, Jungs? Ja, lass mal ein bisschen mich an. Sportwagen Sport haben, oder? Wie Sportwagen? Bleib mal locker, Jungs. Was für Sportwagen, ey. Ey, ey, ey. Du bist ja ein ganz heiter. Was redest du, Jungs, Mann? Was los? Ey, ey. Was los, Jungs, Mann? Was gibst du mir fest, Mann? Wie redest du, Mann? Ja, knäu mich, knäu mich. Allah, diese kleine Ipne. Jetzt hat gar keinen Sinn, Mann. Der steht da noch da drauf. Das war gerade so schön, das war gerade so schön. Ey, was war das gerade für ein Typ gewesen? Ich komm einfach an die Stadt drauf, klar. Tempest ab, Bulla. Ja, was war das, ja. Was macht mein Auto sex? Das sieht aus, als wäre ich schwul, oder? Dann fahr ich weg mit dieser Aschlo. Meine Sohn ist entgegelt geworden, Wallah. Vielen Dank.